Er sagt, das ist meine Band, er sagt, das ist seine Band, er sagt, das ist seine Band. Kurzum, schön, wenn alle sagen, das ist meine Band, dann ist die Band einfach... Ja, genau, das ist doch gut. Also, es gibt auch einen Namen, dann sagst du uns mal kurz, wie heißt die Band? Sipsey Dreams und wir spielen zum Beispiel am 15. Dezember. Wie geht's? Ach so, jetzt am Samstag in der Grete und da spielen wir ab 20 Uhr. Einen Moment, was ist das denn? Quatsch, die spielen jetzt hier und wenn das Konzert hier vorbei ist, dann interessiert uns die Grete, vorher nicht. Genau. So, also, insofern bin ich total gespannt, neugierig. Habt ihr hier kommen, Susanne, Jolly, Raphael, Bela. Also, sind wir gespannt und geben einen ganz herzlichen Begrüßungsapplaus. Jolly, Raphael, Bela, Bela, Bela. Jolly, Raphael, Bela, 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 Bela. Jolly, Raphael, Bela, 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 Bela. Jolly, Raphael, Bela, 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 Bela. Amen. Amen.